Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video und endlich ist es da, so viele haben so oft danach gefragt, das iPad für die Uni Video und ich habe dieses Video schon dreimal aufgenommen und dreimal ist irgendwas schief gegangen, einmal Ton, einmal Video und einmal noch was komplett anderes, super ärgerlich, aber jetzt hoffe ich, dass es funktioniert, wenn ihr das seht, dann hat es funktioniert, aber ja, ein Papierlos wollte ich gerne in der Uni mitschreiben, das war 2018 Wintersemester, meine Devise, ich habe im ersten Mastersemester angefangen zu studieren, nämlich Wirtschaftsingenieurwesen mit Spezialisierung auf Elektrotechnik und ob man jetzt ein Surface nimmt oder ein iPad oder was man auch immer mitschreibt, sei jetzt erstmal dahingestellt, auf jeden Fall Papierlos sollte es sein. Als Apple dann allerdings die neuen iPad Pros vorgestellt hat, hier die mit dem dünnen Rand, ich habe hier mal eins, also das ist meins, da habe ich mich ein bisschen in die Dinger verliebt, da habe ich mir eins gekauft und ich muss dazu sagen, zu meinem Hintergrund, ich habe das allererste iPad gehabt, ich habe ein iPad 4 gehabt und ein iPad Mini der zweiten Generation mit Retina Display und ich muss dazu sagen, dass ich persönlich denke, dass man kein iPad braucht im normalen Alltag, weil heute hat man große Handys, man hat Laptops und mehr braucht man einfach nicht und das macht das Video umso interessanter, weil ich dieses iPad wirklich fast ausschließlich für die Uni benutzt habe, vielleicht mal noch, um da ein bisschen Netflix zu gucken oder so oder mal auf Reisen irgendwie noch einen Film dabei zu haben, weil halt der Bildschirm schön groß ist, aber ansonsten habe ich es für nichts anderes benutzt, abgesehen von dem, was ich getestet habe, um es in das Review zu bringen. Apropos Review, ihr findet hier oben mein Review zum iPad Pro, hat sehr viel Arbeit gemacht, ich habe extra dafür eine Nebelmaschine gekauft, also bevor ihr dieses Video guckt, schaut euch auf jeden Fall dieses Video an, ich verspreche euch, das ist es wert, damit ihr alle Informationen zu dem Gerät habt. Ich bin der Meinung, man braucht kein iPad Pro, um in der Uni mitschreiben zu können, sondern ein normales iPad tut es auch, also man kann jedes iPad bei Apple kaufen, weil inzwischen jedes Stand März 2019 Apple Pencil Support hat, soweit ich weiß, man muss nur aufpassen, dass man den passenden Apple Pencil zu dem passenden Gerät mitkauft. Und ja, das ist eigentlich alles, was man braucht, also man braucht nicht dieses Pro, ich mag es, ich mag die 12,9 Zoll, weil sie halt ziemlich genauso groß sind wie ein A4 Blatt ohne Ränder, nicht ganz, aber ist ein bisschen ein anderes Formfaktor, aber ansonsten passt das sehr, sehr gut und das finde ich klasse, weil das heißt, man kann einfach normal mitschreiben, kann man natürlich auch mit einem kleineren iPad, da nimmt man halt quer, so habe ich jetzt halt ein volles A4 Blatt, was ich quasi auch so beschreiben könnte und man kann ja einzoomen. Meine Programme der Wahl sind PDF Expert, das ist hier oben das Programm und Notability, das ist hier unten das Programm, das ist auch das Hauptprogramm und ich habe auch über den größten Konkurrenten nachgedacht, der heißt GoodNotes. Aber eine Sache daran hat mich gestört, nämlich dass GoodNotes seitwärts scrollt und ich finde, einer der größten Vorteile überhaupt papierlos mitzuschreiben ist, dass man keine Seitenbegrenzungen mehr hat. Und da gefällt mir Notability dann doch besser, weil hier habe ich die Möglichkeit, unendlich lange Seiten zu machen, wenn ich das machen möchte. Ich kann zum Beispiel hier mal in eine Übung reingehen und ihr seht schon, auch hier an der Seite, ich kann einfach unendlich viele Seiten hier hintereinander haben, ich kann einfach weiterzeichnen, weitermachen. Man kann hier so ein bisschen manchmal sehen, wenn hier an der Seite dieser Strich da ein bisschen weiter raus geht, der ist ein bisschen unauffällig, aber dort endet theoretisch eine Seite, aber ich kann ohne Probleme einfach da drüber zeichnen. Also wenn ich hier den Stift mal nehme, gehe hier oben auf das Stiftsymbol und zeichne hier drüber, kann ich ohne Probleme einfach von einer auf die andere Seite zeichnen. Gar kein Problem. Ich meine, beide Programme haben ihre Vor- und Nachteile, aber ich verlinke euch mal ein Video dazu, wo GoodNotes und Notability verglichen werden. Für mich persönlich ist aber Notability das Programm, mit dem ich arbeiten möchte. Das gefällt mir persönlich besser. Wie funktioniert Notability? Also ich habe hier an der Seite so ein Organisationstool, in dem ich aussuchen kann, welche Notizen ich habe. Alle Notizen, letzte Notizen und hier habe ich jetzt mein erstes Master-Semester und hier drin sieht man jetzt, was ich hier habe, also Prüfungsvorbereitungen, Vorlesungen, Übungen, Seminare. Wir können einfach mal hier in Vorlesungen reingehen und zum Beispiel in Theoretische Elektrotechnik und dann kann man hier so ein bisschen sehen, was ich da geschrieben habe und was wir da so hatten und so weiter und so fort. Und ja, kann das da organisieren. Dann habe ich hier an der Seite meine Leiste, die ich hier ausblenden kann, wo ich eine Seitenübersicht habe, über die ich scrollen kann. Dann habe ich hier oben zum Beispiel noch Lesezeichen oder ich kann hier was suchen. Ich kann hier unten die, die sehen, auf welcher Seite ich bin, von wie vielen. Ich kann ein bisschen reinzoomen, wenn ich das möchte. Dann hier oben gibt es ein paar Einstellungen, da kann ich Papiereinstellungen machen, so Standardeinstellungen, wie das Papier aussehen soll. Also ich könnte jetzt hier auch das ändern, dann seht ihr schon Linien oder einfach weiß. Könnte ich alles machen, ich finde aber das ja am praktischen. Ich könnte auch das Papier, was dahinter liegt, ändern. Könnte auch auf schwarzem Papier schreiben. Könnte man auch machen, wenn man will, aber das Weiße reicht für mich vollkommen aus. Dann habe ich hier oben meine Tools. Also hier könnte ich jetzt Text einfügen. Das könnte man machen. Dann sieht man aber, dass sich das da unten drunter verzerrt. Bin ich kein großer Fan von. Also dieses Text-Tool ist jetzt nicht das, was ich wirklich, ich habe es glaube ich nie genutzt. Dann habe ich hier den normalen Stift. Wenn ich da nochmal drauf tippe, kann ich die Liniendicke einstellen. Dieses Tool hier, was da gerade angezeigt wird, das besagt quasi hier keine Druckempfindlichkeit und hier Druckempfindlichkeit. Also hier kann ich mit Druck malen und wenn ich das bei dem daneben mache, dann bleibt die Linie einfach immer gleich dick. Genau, das ist das Tool. Dann natürlich Linienstärke, Farbe und so weiter. Dann hier haben wir so ein Markiertool, wo ich einfach irgendwas markieren kann. Und hier habe ich den Radiergummi. Da könnte ich jetzt hier zum Beispiel diesen Text da, ne den kann ich nicht wegmachen, aber ich könnte die Induktivität wegmachen. Dann ist das verschwunden. Hier habe ich noch so ein Auswahltool. Da kann ich einfach was zeichnen und das dann auswählen. Das kann ich verschieben, kopieren, den Text umwandeln. Das ist ganz cool. Das erkennt der sogar relativ gut. Ausschneiden. Ich kann den Stil ändern. Ich kann das braun machen und fett. Wenn ich das will, kann ich das alles machen. Ich kann aber auch hier ein quadratisches Tool auswählen und dann kann ich das einfach als rechteckiges Auswahltool machen. Und ich habe hier noch die Hand. Das ist dann quasi genau das, was ich auch mit meinem Finger mache. Also ich kann auch hier, wenn ich auf dem Stift bin, kann ich hier nochmal scrollen und dann, wenn der Pencil erkannt wird, dann gibt es hier den Pencil. Manchmal kommt es jetzt vor, dass ich was scannen muss. Dafür habe ich hier die App Scannable genutzt. Und da kann ich einfach ein Dokument runterlegen und dann wird das quasi als PDF gescannt. Dazu kann ich natürlich auch hier die Kamera, die das iPad hat, verwenden. Und das ist einer der wenigen Gründe, wo ich denke, dass es gut ist, dass man eine Kamera hat, weil ich weiß nicht, wozu man die sonst braucht, aber zum Dokumente einscannen ist die klasse. In Notability gibt es noch ein paar weitere coole Features. Zum Beispiel hier oben eine Aufnahmefunktion. Dort seht ihr schon, da nimmt jetzt was auf und wenn ich dann hier irgendwas zeichne, zum Beispiel so, hier irgendwie, keine Ahnung, oder ich schreibe, das ist ein Testpunkt und dann beende ich hier mal die Aufnahme. Und jetzt kann ich mir diese Aufnahme anhören und dazu sehe ich dann, was ich dazu gezeichnet habe. Und das ist schon ziemlich cool, dass ich also mir Dinge merken kann, die ich zu irgendwas geschrieben habe, weil dazu bestimmte Kommentare kamen. Ich muss persönlich sagen, ich weiß, diese Funktion ist sehr mächtig, ich habe sie selber aber nie genutzt. Kann man aber viel, viel Spaß mithaben, wenn man das möchte. Und dann, wenn ich das Ganze hier aufgeschrieben habe, kann ich das natürlich auch exportieren. Hier oben gibt es einen Exportieren-Button und da seht ihr schon E-Mail, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, iTunes. Warum auch immer iTunes? Eigentlich ganz interessant, ne? iTunes, PDF. Okay, man kann es drucken, also wenn euer Drucker AirPrint unterstützt, könnt ihr das auch direkt ausdrucken. Oder in andere Apps. Die Funktion habe ich tatsächlich sehr, sehr häufig genutzt. Zum Beispiel hier, Notiz erstellt. Da wird dann ein PDF-Dokument erstellt, beziehungsweise das, was ich eingestellt habe. Und dann kann ich das hier zum Beispiel per AirDrop senden oder ich kann es in Notability, ich kann es in PDF-Expert senden. Oder in Telegram, was wir bei uns in der Uni sehr oft verwenden. Also könnte ich das jetzt hier einfach dann an jemanden senden. Und das ist eine sehr, sehr mächtige Funktion, dass ich wirklich das alles, was ich hier habe als PDF-Dokument einfach irgendwo anders hinsenden kann. Und das lohnt sich sehr, sehr oft. Also wie oft habe ich Notizen an irgendwen weitergesendet oder eine Frage gehabt und das dann einfach mal kurz rüber gesendet. Oder auch ein Screenshot gemacht von Dingen und die einfach dann in Telegram gepostet, sodass mir jemand die beantworten konnte oder ich jemandem helfen konnte. PDF-Expert ist auch ein sehr, sehr wertvolles Programm. Das Programm ist auch nicht ganz günstig. Ihr seht schon, dass ich hier einige Dokumente drin habe. Ich meine, wir könnten ja einfach mal hier irgendwie rationelle Energieanwendungen, was ich mal selber exportiert habe. Hier ist was Eingescanntes von mir, was ich dann in Notability importiert habe. Und dann hier noch ein paar Aufzeichnungen, die ich dazu gemacht habe. Und ihr seht schon, es gibt sehr viele Tools, wie ich hier diese PDF-Datei bearbeiten kann. Und eine der Funktionen, die für mich am nützlichsten war, ist hier das Passwort festlegen bzw. Passwort entfernen. Wenn ich jetzt jemandem was gesendet habe, wollte das mit Passwort versehen, kann ich das hier drin machen. Oder ich bekomme ein Skript. Es gibt manche Professoren, die verwenden ihr Skript mit Passwort. Und dann kann ich das nicht in Notability importieren. Dann kann ich das hier einfach entfernen. Also es gibt so, so, so viele Funktionen, die dieses Programm hat. Es gibt auch eine Desktop-App dazu. Und ich glaube, ein Video würde nicht reichen, um all die Funktionen, die dieses Programm hat, irgendwie auch nur aufzufassen. Es gibt sogar hier WiFi-Übertragung. Da kann ich hier mit Kamera, kann ich dann auf einem anderen Gerät scannen und dann kann ich das rüberbekommen. Es ist wirklich, wirklich beeindruckend. Ich kann es direkt mit Google Drive synchronisieren, damit es hier, das synchronisiert die ganzen. Es ist wirklich ein mächtiges Programm. Wirklich ein richtig, richtig mächtiges Programm. Gab es Dinge, die ich nicht machen konnte dieses Semester? Die einfache Antwort ist Nein. Aber, ganz wichtiges Aber, das ist die eigentliche Antwort. Ich habe auch nichts programmiert dieses Semester. Also es gab nichts. Ich studiere keine Informatik oder so. Aber es gibt natürlich auch in der Elektrotechnik Sachen, wo man mal was programmieren muss oder ein Skript schreiben muss oder so. Und das geht natürlich mit dem iPad nicht, weil ich darauf keine Programmierumgebung installieren kann. Hätte ich jetzt aber ein Microsoft Service, wäre das natürlich kein Problem, weil ich darauf natürlich eine Programmierumgebung installieren kann. Eine Frage, die mir ganz, ganz oft gestellt wurde, war, welche Tastatur hast du verwendet? Und meine ganz einfache Antwort dafür ist, ich habe gar keine Tastatur verwendet, außer in 0,01% der Fälle mal die Bildschirmtastatur, weil ich irgendwie kurz was eingetippt habe, Dateinamen umbenannt habe oder irgendeine Überschrift mal reingeschrieben habe. Aber ansonsten habe ich alles mit dem Apple Pencil gemacht. Und das finde ich auch so cool, weil ich persönlich merke mir Sachen besser, wenn ich sie selber aufschreibe. Und es sah noch nie so ordentlich aus in meinem Hefter, weil ich natürlich nichts Durchgestrichenes mehr hatte. Weil der Apple Pencil, weil es halt digital ist, ich kann es halt einfach wieder weglöschen, wenn irgendwas falsch war. Und das Ding ist damit, dass ich denke, dass der Apple Pencil auf jeden Fall sein Geld wert, naja, ob es wert ist, kann man sich darüber streiten, aber auf jeden Fall, wenn man in der Uni mitschreibt, bin ich der festen Überzeugung, dass man unbedingt einen haben sollte. An der Stelle vielleicht auch ganz interessant, vielleicht gibt es ja irgendwann noch Drittanbieter-Pencil, die man mit dem iPad verwenden kann. Da habe ich letztens einen Artikel gelesen, weiß nicht, ob ich den noch finde, ansonsten verlinke ich ihn mal unten. Aber das könnte sein, kann man mal die Augen nach offen halten. Damit ich immer up to date bin mit meinen Kommilitonen, habe ich hier WhatsApp Web installiert. Das kann ich euch nicht zeigen, da würde ich eigentlich alles nur ausblurren müssen. Aber das ist ziemlich cool, also ich habe hier einfach WhatsApp Web auf dem iPad, beziehungsweise Telegram, habe ich ja schon gesagt, das benutzen wir bei uns im Studium am meisten. Und das ist cool, dass es das für iPad gibt, da kann ich ja so nativ Sachen drüber senden. Hier mit WhatsApp Web ist das ein bisschen schwieriger, aber es ist natürlich cool, ich kann ja Dateien einfach nehmen. Also wenn ich jetzt hier mal in die Aufnahmen gehe und hier zum Beispiel jetzt mal eine Datei rausnehme, die kann ich ja halten. Dann kann ich dann auch andere hinzufügen und die kann ich ja auch über andere Apps hinaus dann irgendwo reinfügen. Also jetzt zum Beispiel in WhatsApp oder in andere Programme, geht auch in Notability. Und das ist natürlich eine Funktion, die sehr, sehr praktisch ist, dass ich die da irgendwo hinschieben kann. Eine weitere Funktion, die ich persönlich sehr, sehr oft genutzt habe, ist die Bild-in-Bild-Funktion. So dass ich zum Beispiel hier, ist jetzt die Vorlesung Theoretische Elektrotechnik, gibt natürlich auch noch eine Theoretische Elektrotechnik-Übung. Und vielleicht ist es da jetzt praktisch, dass ich sage, okay, ich würde gerne beide nebeneinander offen haben, weil ich in der Übung gerne die Vorlesung dazu aufhaben möchte. Da habe ich jetzt hier die Vorlesung, hier habe ich die Übung und wenn ich das jetzt kleiner mache, kann ich das hier ganz frei verschieben, wie ich das möchte, um das hier abzuschreiben oder irgendwelche Informationen hinzuzufügen. Und ich kann natürlich auch dann andere Sachen noch daneben tun. Also jetzt zum Beispiel jetzt mal ein Beispiel von Twitter, könnte ich hier einfach eine Bild-in-Bild-Funktion aufmachen. Und ich könnte sogar, wenn ich ganz cool bin, noch, das muss ich dann jetzt wahrscheinlich, ja, vielleicht nehme ich hier mal den Browser, könnte ich den Browser noch drüberlegen, dass der hier dann noch offen ist. Und dann sieht man jetzt hier, hatte ich zuletzt Tesla Model Y offen. Und dann habe ich jetzt hier gerade drei Programme gleichzeitig offen. Einmal Twitter, dann Notability, wo ich auch noch zwei Notizen gleichzeitig offen habe. Und dann noch hier einen Webbrowser, da kann ich also irgendwas nachgucken. Gleichzeitig kann ich dann was abschreiben, stelle ich hier jetzt die Fotos ab oder irgendeinen Messenger vor und dann schreibe ich das ab, um das hier zu Papier zu bringen. Es ist aber einfach praktisch, dass ich halt irgendwo hier auf eine Webseite gehen kann, wo ich dann hier von der HTWK, gibt es dann hier verschiedene Sachen, die ich mir da irgendwie mal gespeichert habe, wo ich, keine Ahnung, irgendwelche Dateien runterlade. Man kann halt nichts vergessen. Bei manchen Profs ist es ja so, dass die ihre Sachen online stellen, aber dann brauchst du die in der nächsten Vorlesung, kann man es vergessen. Geht hiermit nicht, ich lade die einfach runter, kann sie direkt in Notability importieren und dann erscheinen sie dort. Zum Beispiel könnte das so aussehen, dass ich jetzt hier einfach mal eine Vorlesungsseite aufmache und die möchte ich gerne importieren. Dann kann ich die entweder über PDF-Expert oder direkt in Notability kopieren und dann hier einfügen. Dann kann ich noch einfügen, ob die zu einer Notiz hinzu soll oder eine neue Notiz und dann kann ich die noch in irgendeinen Ordner verschieben, wenn ich das möchte. Also das ist wirklich cool, dass es auch hier untereinander so gut funktioniert. Natürlich ist es nicht so mächtig wie eine wirkliche Dateiverwaltung, aber ich kann schon eine ganze Menge damit machen. Und ich kann halt nichts mehr vergessen, sondern weil ich ja in der Uni meistens das Eduroam-Netzwerk habe, dass ich das einfach importieren kann, weil ich ja fast überall damit auch Internet habe. Und es ist halt schön, weil ich einfach alle Sachen, die ich brauche, immer dabei habe. Alle Prüfungssachen, Vorlesungssachen, Praktikums-Sachen. Wenn mal irgendwer eine Frage hat, kann ich das schnell raussuchen und es synchronisiert sich tatsächlich auch mit dem iPhone. Also wenn ich hier jetzt irgendeine Datei, weil ich das iPad irgendwie gerade nicht dabei habe und irgendwer hat eine Frage, kann ich einfach kurz auf dem iPhone nachgucken, weil das Ganze auch in Notability synchronisiert wird. Das ist auch ziemlich cool. Also Notability ist wirklich ein cooles Programm, wo man auch hier in den Einstellungen sehr viel einstellen kann. Man kann es dunkel machen, man kann es hell machen. Man kann hier die Farbverwaltung, da gibt es eine Auto-Backup, da kann ich einstellen. Das ist hier in meinem Fall mit Google Drive synchronisiert. Ich kann wirklich eine ganze Menge tun, dass ich das überall habe, wo ich das haben möchte. Und es ist einfach, ich mag das Programm. Insgesamt kann ich sagen, dass es mir dieses Semester sehr, sehr gut gefallen hat. Ich habe hier wirklich ungefähr die Größe eines A4-Blattes. Ich habe dadurch, dass ich die 120 Hertz hier mit dem Display habe, habe ich wirklich kaum eine Verzögerung. Also wenn ich das hier zeichne, das könnte auch einfach mit einem echten Stift sein. Das ist wirklich nahezu ununterscheidbar. Ich meine, man kann es noch ein bisschen sehen, wenn man sich wirklich anstrengt. Dann kann man sehen, dass es vor allem, wenn es irgendwie jetzt noch schneller ist oder wenn ich hier mal so weitere Kreise ziehe, dann ist es schon so, dass man es noch erkennen kann, dass das tatsächlich digital ist. Aber es ist schon sehr nah an perfekt. Es gibt ein paar Sachen, es gibt ein paar Abnutzungsspuren. Das hatte ich auch schon im iPad Pro Review gezeigt. Ich muss mal kurz gucken, an welcher Ecke. Also hier unten an dieser Ecke, da muss ich mal kurz darauf fokussieren. Da sieht man schon, da ist ein bisschen Abnutzung, einfach weil ich es natürlich auch immer einfach in den Rucksack werfe, nur mit dieser Hülle hier drum. Es ist schon auch wichtig, in meinem Fall, weil das iPad so dünn ist, dass es hier auch, die Hülle, die ist hinten, ich weiß gar nicht, wie ich das am besten zeige, aber diese Hülle, die ist hier hinten verstärkt. Also das ist hier schon ein bisschen was Stärkeres. Das ist auch wichtig, sonst würde das Ding, glaube ich, einfach, naja, sich verbiegen und das muss ja nicht sein. Der Akku hält locker einen Tag durch. Also ich habe, wie auch schon im iPad Pro Review, was hier oben verlinkt war, erzählt, ohne Problem mit 13 oder teilweise sogar 14 Stunden Bildschirm-Onzeit gehabt. Das ist wirklich Hammer bei diesem Gerät, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber natürlich hat es den Nachteil, wenn man papierlos ist und mit einem Gerät mitschreibt, dass man natürlich irgendwie immer eine Internetverbindung hat, weil WLAN hat das Ding ja, wenn ich nicht ausschalte, eigentlich immer, wenn ich mich in Reichweite eines WLAN-Spots befinde, in dem ich eingeloggt bin. Und das ist zu Hause natürlich meistens der Fall oder auch in der Bibliothek. Und das heißt, man muss echt ein bisschen Selbstkontrolle haben, mehr als sonst, dass man sich nicht die ganze Zeit irgendwelche YouTube-Videos anguckt oder mal auf Netflix vorbeischaut oder so. Die Versuchung ist wirklich groß und vor allem in der Prüfungszeit, die der Grund ist, warum das Video erst jetzt kommt, weil ich die erst abhandeln wollte, um auch darüber reden zu können. Es ist halt schon, dass man merkt, dass man mehr abgelenkt ist und es braucht wirklich viel Selbstkontrolle, um das zu verhindern, dass man wirklich die Sachen macht, die man machen möchte und die man machen muss. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Zu guter allerletzt möchte ich euch noch die Apps zeigen, die ich bei mir installiert habe, falls da jemand fragt. Also die Apps, die ich persönlich am meisten genutzt habe, waren Notability. Ich habe viel Telegram, viel WhatsApp genutzt, PDF-Expert sehr oft. Auch hier mal OneNote, da habe ich auch mal ein paar Notizen drin gemacht, natürlich auch, weil ich das auch hier zum Arbeiten mitverwende. Es ist ganz praktisch. Google Maps ist auch ganz praktisch, wenn man in der Vorlesung mal nichts zu tun hat, kann man sich da ein bisschen umgucken. Aber ansonsten sind das eigentlich so die hauptsächlichen Produktivitäten. Ich glaube, ich habe nie in diesen Ordner hineingeguckt. Ich glaube wirklich, vielleicht Google Drive mal noch, das ist ganz praktisch. Und Snapseed, wenn man mal irgendwie noch was bearbeiten wollte, was man irgendwem sendet. Vielleicht guckt man mal ein bisschen Netflix, wenn man gerade mal eine Pause hat. Es gibt noch so verschiedene Programme, so wie Grafiktaschenrechner und so. Das hängt ein bisschen davon ab, was man macht. Aber an sich, ja, ich glaube, das sind so die Programme, die ich... Also wirklich Notability, mein Favorit an Mitschreibeprogrammen, Telegram, WhatsApp, das ist eigentlich so mit PDF Expert zusammen. Das, was ich hauptsächlich genutzt habe und was ich hauptsächlich mit dem iPad mache, wenn ich es für die Uni benutze. Zum Ende hin kommt jetzt die Frage, denke ich, dass es sich lohnt? Ist es das wert? Und ich bin 100% der Meinung, ja, ich werde auch die nächsten Semester wieder papierlos mitschreiben mit dem iPad, weil ich es wirklich klasse finde. Es ist einfach, es ist mobil, es ist wirklich, man kann nichts vergessen und so. Es ist einfach klasse. Für mich auf jeden Fall, ich werde es wieder so machen. Jetzt zum Schluss kommen wir noch zu ein paar Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ich frage regelmäßig bei neuen Videos, ob ihr irgendwelche Fragen habt, die ihr zu den Produkten, zu den Themen wissen wollt. Meistens auf Instagram per Story und wenn ihr da mit teilnehmen wollt und wissen wollt und Fragen stellen wollt, dann folgt mir auf Instagram. Ihr seht hier gerade die sozialen Netzwerke eingeblendet. Instagram ist hier das meiste und natürlich auch Twitter, das sind so die beiden, auf denen ich am meisten aktiv bin. Kommen wir jetzt zu euren Fragen. Reicht die Displaygröße des 11-Zoll-iPad Pro oder gibt es mehr, so in das 12,9-Zoll-Modell zu nehmen? Ich persönlich mag das 12,9-Zoll-Modell, wie schon gesagt, weil es ziemlich genauso groß ist wie ein A4-Blatt. Allerdings gilt das, wenn es hochkant liegt, wenn es natürlich breit ist, ist es immer noch so groß wie ein A4-Blatt, aber halt quer. Aber das braucht man nicht unbedingt. Ich kann natürlich auch ohne Probleme mit dem 11-Zoll-iPad, 10-Zoll-iPad. Ich denke die 7,9-Zoll, glaube ich, von den iPad Minis, das wäre mir persönlich ein bisschen zu klein. Aber alles, was größer ist, ist wirklich ohne Probleme mit Schreiber. Man nimmt das iPad dann halt einfach quer. Ist iOS wirklich die beste Plattform für diese Anwendung? Gute Frage. Ich würde sagen, meine Antwort ist Jein, weil natürlich, wenn ich zum Beispiel Informatik studiere, dann definitiv nein, weil ich eine Programmi-Umgebung brauche. Wenn ich allerdings zum Beispiel VWL, BWL studiere, Wirtschaftsingenieurwesen, je nachdem, welche Spezialisierung man da hat, welche Programme man braucht, denke ich schon, weil iOS sehr einfach ist. Es funktioniert oft wirklich einfach und das ist klasse. Und die Akkulaufzeiten stimmen halt bei all den iPads und von daher würde ich da auf jeden Fall ein Ja geben. Ist manchmal ein karierter Blog plus Coolie nicht trotzdem alternativlos? Ich habe dieses Semester genau sechsmal einen Zettel und einen Stift in der Hand gehabt und benutzt, das musste ich. Nämlich für die sechs Prüfungen, die ich geschrieben habe. Ansonsten habe ich alles andere, wirklich 100% alles andere papierlos machen können. Also es war keine Alternative, die ich gebraucht habe, außer halt für die Prüfungen. Würdest du dir eine Maus wünschen? Ich persönlich hatte nie das Bedürfnis, dass ich eine Maus brauchte. iOS unterstützt ja auch keine Mäuse, sollte man wissen. Also es gibt keinen Maus-Support für iOS. Das Interface ist natürlich auch darauf ausgelegt, dass man alles mit dem Finger macht. Und wenn man jetzt doch mal ein bisschen mehr Präzisions braucht, dann nimmt man einfach den Apple Pencil und das hat super funktioniert. Also für mich nein. So, das ist alles, was ich euch mitteilen wollte zum iPad in der Uni. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann lasst sie mich unten in den Kommentaren wissen. Es gibt viele tolle Vergleiche zwischen Programmen, wie zum Beispiel GoodNotes und Notability. Da verlinke ich euch auch mal eine von einem Kollegen von mir unten in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Ich kann sie eigentlich auch hier oben verlinken. Das ist ein gutes Video. Ja, das ist alles, was ich zu sagen habe. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst sie mich wissen. Ich versuche unter diesem Video noch so viel wie möglich zu beantworten. Und dann danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat oder auch nicht, dann lasst es mich mit einer Bewertung wissen. Und auch gerne mit einem Kommentar. Und wenn ihr noch nicht dabei seid, dann gerne abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.